Die Schlacht am Adbara fand am 8. April 1898 am Zusammenfluss von Yil und Adbara zwischen einer britisch-ägyptischen Armee und 15.000 sudanesischen Aufständischen im Zuge der Niederschlagung des Madi-Aufstandes statt. Vorgeschichte Im Sudan begann 1881 der Madi-Aufstand und fand 1885 mit der Eroberung Khartums durch die Madisten seinen Höhepunkt. Seit seiner Ernennung zum Sida der ägyptischen Armee 1892 hatte Horatio Herbert Kitchener an der Vorbereitung der ägyptischen Armee zur Rückeroberung Sudans gearbeitet. 1896 wurde schließlich die Anglo-Egyptian Nile Expeditionary Force in Marsch gesetzt. In der sogenannten Dongola-Expedition wurde zuerst die nördliche Provinz Sudans besetzt und die logistische Voraussetzung des Feldzugs nach Süden geschaffen. Dazu gehörte der Ausbau einer Bahnlinie von Wadi-Halfa entlang des Nils bis Kerma, da die Schifffahrt in diesem Bereich durch Katarakte eingeschränkt war, und ab Januar 1897 der Neubau einer weiteren Bahnlinie durch die Wüste über Abu Hamid nach Adbara. Nach Abschluss dieser Baumaßnahmen konnte die anglo-ägyptische Armee im Nil-Feldzug weiter nach Süden marschieren. Verlauf Kalif Abdallah Hi'ibin Mohammed, der Nachfolger des Madi, wurde von seinem General Mahmoud Ahmad bedrängt, Kitcheners vor Rückende Armee anzugreifen. Aber erst Anfang Dezember 1897 entschloss sich der Kalif zum Angriff. Streitigkeiten bei der Besetzung des Oberbefehls führten dazu, dass nicht wie geplant alle Streitkräfte der Madisten aufmarschierten, sondern nur Mahmoud Ahmad zum Osman-Dignas-Bitscha-Truppen verstärktes Kontingent. Mahmoud Ahmad marschierte mit seiner 15.000 Mann starken Armee nordwärts zum Zusammenfluss von Nil und Adbara, um Kitchener anzugreifen. Kitchener befahl deshalb der ägyptischen Armee, sich bei Berber zu sammeln. Er bat Evelyn Baring, Earl of Koma um Unterstützung durch eine britische Brigade. Die britische Regierung stellte daraufhin eine Brigade aus Truppen des Royal Warwickshire Regiment, des Lincoln Regiment, der Cameron Highlanders und später der Sea-Fat-Highlanders unter Führung von William Gatica zusammen. Da die Dampfer der britisch-ägyptischen Armee bereits zum Zusammenfluss von Adbara und Nil vorgedrungen waren und die Katarakte um diese Jahreszeit den Rückzug nach Berber verhinderten, verlegte Kitchener am 22. Dezember eine ägyptische Brigade zu seiner Flotte. Mahmoud Ahmad überquerte Mitte Februar den Nil und marschierte auf Berber zu, um die Stadt zu erobern. Kitchener zog seine Truppen zusammen und verlegte sie ein wenig nach Norden in eine befestigte Stellung um das Dorf Kunur. Am 18. März verließ Mahmoud Ahmad El-Elaib um Kitcheners linke Flanke zu umgehen. Dieser verlegte seine Truppen nach RAS El-Hudi. Mahmoud Ahmad marschierte deshalb um seine Umgehung fortzusetzen mit seinen 20.000 Mann einschließlich Frauen und Kinder zum Adbara nach Nakile. Da Kitcheners Streit macht nun den einzig möglichen Weg nach Berber blockierte blieben die Madistin vor Ort. Sie hatten eine Zareba um ihr Lager errichtet. Zwei Wochen beobachteten beide Seiten einander. Eine britische Flottilie landete bei Shandy gegenüber Mettema und nahm einige Frauen gefangen, die von Mahmoud Ahmad dort zurückgelassen worden waren. Hierauf desertierten viele Madi-Krieger um nach ihren Frauen zu sehen. Nachdem sich Kitchener zum Angriff entschieden hatte, verlegte er am 4. April nochmals 8 Kilometer näher an den Feind von RAS El-Hudi nach Abada. Am 6. April verlegte die anglo-ägyptische Streitmacht ein letztes Mal näher an die Madistin zum Verlass Sennendorf um Débier. Nur noch 11 Kilometer Luftlinie trennte sie von den Madistin. Um 1 Uhr nachts morgen des 8. April marschierten Kitcheners Truppen in ihre Angriffsstellungen. Auf der linken Seite stand die britische Brigade, geführt von William Gaetheker, dazwischen eine Batterie-Artillerie, dann im Zentrum die Brigade von Hector Archibald MacDonald und auf der rechten Seite die von John Greenfield Maxwell, an dessen rechter Flanke die Artillerie aufgestellt war. Louis' Brigade stand hinter den britischen Truppen von Gaetheker mit dem Kammelkorps an ihrer linken. Die ägyptische Kavallerie deckte in 5 Kilometern Entfernung die äußerste linke Flanke. Die Brigaden von MacDonald, Maxwell und Louis gehörten zur ägyptischen Division von Archibald Hunter und bestanden aus sudanesischen und ägyptischen Bataillonen. Um 6 Uhr morgens ging die anglo-ägyptische Armee nach einer kurzen Vorbereitung des Angriffs durch Artilleriefeuer auf das gegnerische Lager zum Angriff über. Bereits nach kurzer Zeit hatten die Soldaten das Lager erreicht und waren in Narkämpfe verwickelt. Nach einer Stunde hatten sich Kitschnas Soldaten bis zum Fluss am anderen Ende des Lagers durchgekämpft und Osman Diegner führte einige tausend Aufständische in einem Rückzug in südlicher Richtung, während der Großteil der Magisten getötet oder gefangen genommen wurde. Unter den Gefangenen war auch Mahmoud Ahmad, der von sudanesischen Truppen in Kitschnas Armee gestellt worden war. Die Schlacht am Adbara war ein Wendepunkt in der Eroberung des Sudan durch Ägypter und Briten. Kitschnas selbst betrachtete sie als Wendepunkt in seiner Karriere. Fußnoten Arthur Leif 224 Michael Barthob Blotreti Zazan Die britische Invasions-Office Ender Sudan 1882 zu 98 146 Bond Viktorien 291 2 3 4 5 7